Man ist ja gewöhnt, dass im Internet viel Blödsinn umeinanderrumpelt. Und vor ein paar Tagen, da habe ich was im Internet entdeckt, also das habe ich zunächst in der Kategorie blöder Scherz eingeordnet. Ich bin da nämlich auf die Seite von einer Mitfahrerzentrale gekommen und da habe ich Sachen gelesen wie zum Beispiel, der Hasso möchte gerne nach Hamburg mitgenommen werden oder Fipsi würde sich freuen, wenn er einen Fahrer nach Erfurt finden würde. Ich meine, es ist ja nichts Neues, dass Menschen blöde Namen haben. Aber Hasso und Fipsi, jetzt stellt sich heraus, das war eine Mitfahrerzentrale für Tiere. Ich muss sagen, langsam wäre es sogar mir ein bisschen zu viel. Wirklich, Mitfahrzentrale für Tiere. Wer nimmt sowas in Anspruch? Sagt da ein Schäferhund, verdammt, ich war schon ganze Jahre nicht mehr im Urlaub. Ich muss einfach einmal wieder raus. Und ein bisschen Abstand zu meinem Herrchen tut vielleicht uns alle zweimal ganz gut wieder. Ich schaue einmal nach einer Mitfahrergelegenheit nach Braunschweig, weil die müssen da eine Fußgängerzone haben, die noch nicht restlos vollgeschissen ist. Und da mache ich die gerne hin. Rein Interesse halber hat er mich bei dieser Mitfahrerzentrale gemeldet, weil ich habe sowieso nach Stuttgart müssen beruflich. Und da habe er mir gedacht, ja nimmst du halt einmal ein Tier mit. Ich habe vielleicht den Vorteil, es quatscht dich nicht so voll auf der Fahrt. Und bei dieser Aktion sind genau zwei Sachen schiefgelaufen. Erstens einmal hat sich ein Pferd gemeldet. Und ich habe bloß einen Fiat Panda. Fast nicht reingegangen. Fast nicht reingegangen. Gott sei Dank war das Pferd sehr gelenkig. Und das haben wir dann so eigentlich nach hinten und nach vorne irgendwie, haben wir es dann doch so reingewetscht. Hat es sich dann ein bisschen bequem gemacht und so. Aber was noch schlimmer war, von wegen, ein Tier quatscht dich nicht voll auf der Fahrt. Dieses blöde Vieh, das hat er das Maul nimmer zugekriegt. Wirklich. Und ein Angeber war das. Und da hat es ein Rennen gewonnen. Und da ist es drüber gehupft. Und da ist es zwei Stunden im Kreis gelaufen. Und wenn es alles gekannt hat, Fury war sein bester Freund. Und mit Wendy ist es auf Du und Du. Und Black Beauty kennt es auch sehr gut. Und unter der Christel Sembach-Krone hat es schon gearbeitet. Und es ist wirklich furchtbar, furchtbar, furchtbar. Aber ansonsten generell finde ich es eine super Sache. Schade, dass es das nicht schon früher gegeben hat, Mipfarrzentrale für Tiere. Weil ich habe vor Jahren meinem Neffen einmal einen Goldhamster geschenkt. Ich habe ihn aber nicht selber nach Freiburg bringen können. Und darum habe ich ihn mit der Post geschickt. Ja, er ist aber nicht weit gekommen, weil schon beim Abstempeln, gell. Uff.